Michael Enauer, langändernde Gegner zum Verzweifeln gebracht, haben 2-0 geführt. Wie bitter ist es, diese Niederlage jetzt auch einstecken zu müssen? Ja, extrem. Ich denke, es ist auch die Geschichte von unseren letzten Spielen. Wir machen extrem viel, wir geben alles, aber am Schluss reicht es einfach nicht knapp. Egal wie es passiert, das müssen wir irgendwie nach Hause bringen können. Es ist eine spezielle Situation mit vielen Absenzen. Die Parolen vorgestern war jetzt erst recht. Wie spürt man das auch in der Mannschaft? Ja, extrem. Ich denke, wir haben heute wirklich eine gute Teamleistung gezeigt. Jeder ist füreinander gegangen. Wir haben alles versucht, alles reingeworfen. Es ist halt blöd, es reicht nicht trotzdem. Nichtsdestotrotz sind wir trotzdem stolz auf uns, dass wir einen guten Match gezeigt haben.